Ein sonniger Tag am Strand auf der Insel Khorus. Ja, ich bin Bootsmann geworden. Lord Baldwin hat mich nämlich endlich zum Bootsmann ändern. Ich bin meinem Ziel Paladin zu werden ein bedeutendes Stück näher gekommen. Das ist gut. Ja, was haben wir denn noch für Quests übrig? Dann gucken wir mal noch weiter hier. Ja, Pharrell müssen wir aus der Kohlenmine holen. Wer braucht denn noch mal Wagfälle? Jäger Henry. Ach, da oben im Jägerlager. Das heilige Buch, die Befreiung von Khorus. Da müssen wir natürlich noch ein bisschen mehr arbeiten. Ja, jetzt habe ich vergessen, hier vorher einzurendern, aber das machen wir mal ganz langsam. Nicht wahr? Die Insel ist ja nicht gerade lütsch, also klein. Und wir holen uns dann Dolo wieder ran. Hoffentlich meckert er nicht. Nee, er meckert nicht. Komm mit. Auf geht's. Auf geht's. Ja, das ist doch eine tolle Sache. Gut, dann gehen wir mal weiter in die Insel hinein. Und wie schon gesagt, bis gleich. Dann schauen wir mal, ob wir noch irgendwelche Gesprächsoptionen bei Tom haben und bei... Na, ich komme nicht auf den Namen Tom. Auf den Namen Waline Harald. Ne, heißt der doch auch. Genau, richtig. Äh, nee, gibt's nichts mehr. So, wo war ich denn noch nicht? Ich glaube, ich war noch nicht mal hier drinnen. Nicht stolpern. Ne, hier war ich noch gar nicht. Ah, guck mal. Spitzhacke, Schürhaken, rostiges Schwert. Ah, ja. Und was ist noch? Und Kohle. Oh, Kohle im Fass. Ein Kohlenfass. Ja, so wie das aussieht. Und ich habe den harten Verdacht, dass wir doch irgendwann mal, und zwar jetzt in dieser Folge, mal versuchen mit Dandolo... Also, ich betrete mit Dandolo oder der... Quatsch, der Roland betritt mit Dandolo nachher die... Ja, die Halbinsel hier, nachdem wir hier ein paar Waldmorchen gesammelt haben. Und du, pass auf, Dandolo, hier geht's ein bisschen schräg runter. Kommst du mit? Ich glaube, du traust dich das, ne? Komm, geh mal runter. Ja, jawoll, Dandolo, der schafft das. Oh Gott. Ja, dann sind wir sozusagen hier vor der Brücke. Da war ich ja schon mal vor Urzeiten, weil ich mich hier wach heute herumstand. Dandolo, guck mal, da müssen wir jetzt hin. Ach. Ja, aber erst mal abspeichern. Ja, mach mal. Habe ich eigentlich noch gute Waffen dabei? Ja, funktioniert. Okay. Und da hinten ist auch das Kaloster, äh, Kloster, meine ich. Das wird bestimmt das Kloster sein. Mal gucken, was wir hier noch so alles sammeln. Oder auch neu, deutsch gesagt, looten können. Ja, ein paar Heilpflänzle. Ach, und an der Stelle, wo ich hier Heilpflanzen finde, wer aufmerksam meine Folgen geguckt hat, der wird auch festgestellt haben, dass ich schwebende Heilpflanzen eingesammelt habe. Und, äh, das liegt aber an dem El-Hiver-Patsch hier. Also El-Hiver, El-Hiver, oder wie man das auch immer ausspricht. Daran liegt das. Also in der Normalversion ist das nicht. Oh, 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 oh. Was sind die Helden für Dinger da? Was sind das für Sachen? Oh, ah, Warenتي, sehr gut. Wie viel sind es denn? Ich brauche nur noch drei Wagfälle. Pass mal auf, ich gucke mir mal hier oben die Aussicht an. Aha, da ist ein Kloster. Da können wir also so direkt nicht hin. Also müssen wir hier rechts rum. Sag mal, Dandolo, du bist ja auch hier der Voll-der-Luis-Tränke auf Bewährung. Was? Man, oh man, oh man, oh man. Ja, dann, ähm... Vollende dein Werk. Genau, richtig. Nee, nicht... Uccia, ja. Dandolo, mach was. Ich bleib da wieder hängen. Hallo. Dandolo, Mensch. Muss ich jetzt wachkloppen, oder was? Oh. Toll. Mist. Tschüss. Wenn man Dandolo wachkloppen, vielleicht wird er dann... Los. Ja. So, und wo ist denn jetzt... so ein Mist wie... Ja, wunderbar. Wo ist jetzt der Ork hin? Muss ich erstmal Dandolo wachkloppen hier. Habt ihr das hier sehen? Okay, das kann... Das ist halt eben Gothic. Da kann man sagen, nix musst du gucken zu. Ach ja. Warte, der Ork, der wird bestimmt noch irgendwann wieder auftauchen. Da renne ich jetzt nicht hinterher. So, auf jeden Fall hier mal die Wölfchen. Jawohl. Okay. Und Rivari. Und ein bisschen Wolfsfälle holen. Ja. Und ein Waag. Genau. Dann haben wir sozusagen zehn Waag-Fälle jetzt für die nächste Quest. Müssen wir ja zwölf haben. Ja. Ich finde das so schön und liebevoll gemacht, Leute. Guckt euch das mal an. Richtig mit ein bisschen Wasser. Und Blumen. Ach, da ist noch ein Waag. Elf. Junger Waag. Das wird mal keinen Abbruch tun. Ob die alt, jung und grau sind. Oh, da hat sich was im Felsen versteckt. Eigentlich geht es da irgendwie rein. So, 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 so. Da hinten sind mal wieder so ganz lustige... Ah, sind schöne... Lustige... Na, wie heißen die nochmal? Ah, Feldräuber. Ja, ich muss mal aufpassen, dass ich hier nicht andere Spiele hier durcheinander bringe. Weil ich probiere nämlich geradeaus. Blume. Hey, Blume. Noch eine Blume. Blume. Ist das hier die? Ne, Oakblatt. Egal. Da gucke ich nachher mal nach. Jetzt haben wir drei Blumen. Ey, vielleicht ist das irgendwie eine Quest für eine angebetete Frau, um ihr Herz zu erobern. Das wäre eine coole Sache, das. Also, kräftig Blumen pflanzen. Äh, Pflanzen. Blumen pflücken. Liebe Männer, um eure Freundinnen und Frauen glücklich zu machen. Denn ab und zu mal einen Blumenstrauß. Dann hast du keinen Ärger im Haus. Sorry. Manchmal fallen mir so Dinge ein. Ja, ihr kennt mich, ne? So, ich glaube, der hat mir ja schon im Kreis gelaufen. Super, klasse. So. Hier ist doch auch noch was. Blume, richtig. Cool. Oh, da sind aber viele Blutfliegen da. Nochmal, der bellt und kippt um. So, Dandolo war es. Denn Dandolo ist nicht dumm. Oh, wollen wir erstmal hier ein bisschen so die Sachen hier abgrasen. Und währenddessen macht der Dandolo... Oh, da hinten sind noch mehr Getier und Gezücht und Geviech. Und Gewichs... Äh, Gewächs. Oh. Ja, Dandolo. Renn mal hinterher. Oh, da soll ich auch mal ein bisschen mitmachen hier. Oh, jetzt sind wir aber hier ganz schlimm. Ich soll den Dandolo doch nicht holen. Gut. Okay, im Team geht das besser. Mit einem scharfen Messer. Nicht zu holen. Sollte ich mal ab und zu doch nochmal auf die Speichergeschichte gehen. Ich bin auch gespannt, was uns hier erwartet. Gibt es hier noch mehr Blumen? Ja, nicht so viele. So, Feldräume. Da ist nicht... Ah, schon gut. Äh, Frage, Dandolo. Wollen wir zuerst zum Kloster hin? Da soll es irgendwie so ein Buch geben. Oh, mach, mach, mach. Dandolo ist ja gut. Oh, hier gibt es aber Blumen. Also, wenn das nicht irgendwie eine Quest ist. Und da tippe ich ja ganz stark drauf. Weil Blumen ist ja für mich kein Unkraut. An Blumen erfreut man sich. Erfreut Frau sich. Na gut, okay, bei gewissen Männern vielleicht auch. Ja, ist ja gut, weil wir jetzt aber nicht in die Tiefe gehen. Oh, nee, vor allem nicht von hinten. Oh, Leute, was habe ich denn heute für einen Tag? Was habe ich heute bloß für einen Tag? Am Tag, als die Blumen kamen. Ah, ha, ha, ha. Guck mal hier. Grab. Dandolo macht's. Ja. Oder auch nicht. Doch, er macht's. Mein Gott, bin ich kampffaul. Ja, ich bin kampffaul. Das ist wahr. Was heißt denn das? Können wir hier die Gräber schänden? Sieht wohl nicht so aus. Ah, da ist eine Höhle. Schön. Bisschen Heilpflanzen nebenbei. Kann mal was mit dir los? Oh, oh. Ja, Feldräubische. Da kommt der Nächste. Dandolo, dreh dich um. Nicht zu holen. Ja, ich will halt den Feldräuber haben. Nicht zu holen. Genau. Oh. Wo laufe ich denn? Ja, da ist Dandolo schneller. Obwohl ich hier nochmal schwer zücken kann. So what? Ja, gut. Mein Gott ist das wieder. Ja. Menno. Okay, ein paar Kratzer habe ich abgekriegt. Mein Gott, ist das hier eine ganze Minecrawler-Nest-Geschichte hier oder was? Ah, da ist dieser blöde Vorsprung, an dem Dandolo immer die ganze Zeit hängen bleibt. Das verstehe ich da so. So, Dandolo, ich glaube, wir müssen mal die Position ändern. Habe ich die schon? Da ist nichts zu holen. Und zwar... Kuckuck. Okay, das klappt. Guck mal, hier gibt es zwei Eingänge. Einmal links rum, einmal rechts rum. Gucken wir erst mal hier. Links rum. Oh, Traumapilze. Und noch ein Traumapilz. Ich sage mal Traumapilze. So, wenn das hier nicht wieder irgendwas ist zum Hacken oder zum später aufmachen. Nee, ist es glaube ich nicht. Dann geht es wohl jetzt erst mal rechts rum. Mal so. Und wir haben einen dunkelschönen Dunkelpilz. Dunkelschön. Ja, das ist eine Mittelaltergruppe. Habe ich mal live gesehen. Sehr gut. Sehr schön. Weiß nicht, ob es die noch gibt. Aber vielleicht kennt der ein oder andere die Gruppe Dunkelschön. So, bevor wir ins Kloster reingehen. Ihr kennt mich. Erstmal ist es ein bisschen cool. Vielleicht gibt es ja noch ein paar versteckte Werke. Oh, Blumen. Ja. Oh, da sind ja so viele Blumen hier. Aber hier gibt es keine mehr. Okay. Einmal rum ums Kloster. Die haben auch schon die richtig schöne klösterliche Musik. Die Sakralmusik. Dann gucken wir uns doch mal um hier im Kloster. Also, oder ist das eine Kapelle? Die Schöpfung der Götter. Aha. Geweihtes Wasser. Oh, hier bleiben die Schatten hängen. Okay. Also, die Schatten. Also, das heißt also, ein sehr verstaubter Altar. Dann gucken wir noch mal nach diesem Buch. Götter. Irgendwas mit Götter. Mein Gott. Über die Götter. Ist es das? Quest. Genau, richtig. Die Schöpfung. Aber wo? Da ist es nicht. Hier ist es nicht. Und das Meer gab das Land frei. Und wer es nachlesen will, der kann auch gerne pausieren. Dafür haben wir einen Quest-Eintrag. Und zwar das heilige Buch. Was steht da jetzt drin, um es genau zu wissen? Ja, ich habe Petras Buch gefunden. Es ist die Geschichte über die Götter. Mhm. Na. Sehr interessant. Wenn die das lesen will, ist das ihre Sache. Gibt es hier irgendwie noch irgendwas? Eine Feuerwurzel? Ach, hier in den Erkern. In den Ecken habe ich nicht geguckt. Genau, richtig. Als wäre das... Komisch. Hier oben ist noch irgendwas aufgesetzt. Achso. Okay. Das ist hohl. Da kommt man nicht hoch. Alles klar. Und zurück. Dahinten hin. Achso. Dandolo. In der Kiefliege in der Bernstein. Stein, Stein. Bernstein, Stein. Komm. Die Blumen, die betönen mich so. Ja, Dandolo. Da haben wir jetzt keine Zeit für. Oh, guck mal. Dandolo. Da steht so ein klappriger... Da stehen klapprige... Klapprige... Oh, Oaks. Ein Fall für Dandolo. Te-te-te-te-te-te... Te-te-te-te-te-te. Aber nicht auf mich gehen, bitte sehr. Oh, ein Schlag und das hin. Dandolo. What are you having für Kräfte? Full die Powerkraft. Dandolo trinkt einen besonderen Saft, der die Power schafft. Bis jetzt habe ich ihn noch gar nicht trinken gesehen. Gucken wir mal hier. Immer schön gucken, ob es hier noch was eventuell Lustiges gibt. Hier steht schon wieder so ein 20 Meter Sprungturm mitten im Meer. Wo wir die Sache mal von hinten angehen. Oh, eins, zwei, drei. Wollte ich mal mitmachen. Oh, der ist ja schon ein bisschen im Arsch. Ja, bitte. Mach's auf. Ja, Entschuldigung. Ah, super. Spach. Nicht zu holen. Ja, doppelt geklickt. Ich habe bestimmt noch irgendeine Sprüche. Ach, das war laut. Auch gleich zwei Stück. Dandolo, ich brauche mal Hilfe. Wie wäre es damit? Oh, hallo, Dandolo. Äh, ja. Ja. Okidoki, Dandolo, das ist natürlich zu viel für uns, denke ich mal. Mach erst mal was. Aber ein Teil kommt auch noch hinter mir her. Mist. Ok, Moment. Oder so. Mal gucken. Ah, nee. Schön. Hast du gut gemacht, Dandolo. So, nochmal Schleid. Was? Wirst du den ausrauben? Das Gold gehört mir. Schwach. Ok. Liegen hier zwei. Und nach einer Krisch. Ach, da hinten ist noch einer. Und der kommt auf uns zu. Dandolo, nicht irgendwie dumm gegen die Mauer hier rennen. Oh, 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 oh. Nein, nicht. Was haben die beiden denn da vor? Die Wand tapezieren, oder was? Okay. Ich brauche euch. Da ist nicht zu holen. Nee, den anderen hier. Nicht zu holen. Ach so. War es doch der? Nicht zu holen. Also hier scheint einer drin zu sein. Also, so wie ich die Gothic KI kenne, scheint da wirklich einer hier im Gebäude zu stecken. Äh, äh, siehste? Oh, wo ist Dandolo jetzt wieder? Ach, der ist wahrscheinlich irgendwo drin. Da ist er. Da ist er wahrscheinlich am Kämpfen. Ja, er kämpft da rum. Dandolo kämpft da rum. Siehste? So sieht er da aus. Das macht er schon mal. Oh, da ist ja noch einer. Nicht zu holen. Da ist nicht zu holen. Oh yeah. Gut, tschüss. Holzfiller axt. Jetzt äußerst ruhig, weil ich nicht weiß, wo dieser blöde Ork-Schamane ist. Säge. Ein Kruschpach nochmal. Ein Ork-Jäger. Oh, ho, ho. Wo ist denn eigentlich der Eingang? Ach, der ist hier. Da ist, da ist der Eingang. Dandolo, schau mal. Der wird uns gleich bestimmte Ork-Schamane entgegen schamieren. Da hab ich keinen Bock drauf. Oder? Da ist da jemand. Ja. Okay, das war eine Aktion von Wisch und Weg. Da ist nicht zu holen. Oh. War gut, dass er mal hängen glaubt. Der Aux-Schamane macht. Äh, das ist ja kein Aktion. Das ist ja nur so ein duller Jäger. Da ist nicht zu holen. Den haben wir schon. Da ist nicht zu holen. Auch nicht zu holen. Was war ich dann da? Holzschale. Aber wir wissen nicht, ob da noch irgendwo hier im Eck einer lauert. Nein, da lauert keiner. Und hier hinterm Paderborn auch nicht. Dafür gibt es als Belohnung eine Truhe, die nicht nach Truhe aussieht. Oh, schöne Sachen. Bergkristall, Silberkech und sieben Gold. Also wo hier? Das ist bestimmt lohnenswert. Okay, hier sind noch ein paar Bettchen. Und hier, oh, groß gegen klein. Ein Schiff gegen eine kleine Segatte. Und hier gibt es noch ein bisschen was zu... Auch nicht. Nichts zu looten hier. Das ist also nur Deko-Plastikobjekte oder was? Mann, oh Mann. Aber dafür gehe ich jetzt mal kochen. Im Tim, im Tim und draußen regnet so ein Mess. Wo ist denn dieser Ork-Schamane? Hätten noch so ein Schamane. So ein Schamützel-Schamane hier irgendwo. Ist der hier drin? Das ist er. Das ist er. Dondolo, wo bist du? Nicht abhauen. Der Schamane ist hier. Sehr gut. Hier in dem Haus ist der Schimpanski drin. Der Ork-Schimpanski. Hat der denn schon seine... Nee, er hat nur... Hat der denn da... ...für ein Teil gezogen? Okay. War das jetzt kein Ork-Schamane oder wie oder was oder wie? Doch, das ist er doch. Zwei Mana trinken. Bist du dabei? Oh, ein Wacholder. Oh, hier geht es nochmal hoch. Gucken. Oh. Ah, Vorräte. Vorräte. Mit Wurst. Milch. Wasser. Und nochmal Wasser. Da gibt es ja auch so ein Vorratskarton. Rollsfälle. Rollsfälle. Schafsfälle. Und. Oh. Oh. Da geht es weiter unter mir. Herrlich. Ich raube hier alles aus. Sieht aus wie Proviantkisten, aber... ...werden nicht als Proviantkisten angezeigt und lassen sich auch nicht nehmen. Gut. Na ja gut, dann springen wir mal runter. So. Ach hier, da ist noch einer dazubekommen? Nee. Doch nicht. Ach hier. Den haben wir noch nicht. Nicht zu holen. Doch, haben wir schon. Oh, schauen wir mal, was in der Trubel ist. Ah, ist ein Hängeschloss vor, aber... Karte zur Kohlenmine schon wieder? Okay, haben wir da schon. Okay, doppelt hält besser. Den kann ich ja später verkaufen. Ganz gut. Äh, apropos Karte zur Kohlenmine. Wo soll denn dieses... ...dieser Trickleiter sein? Vielleicht in einem anderen Haus. Oh, hier waren wir schon drin, ne? Ja, genau. Hier gibt es noch ein paar... Da ist nicht zu holen. Leute mehr. Oh, hier gibt es ja eine Säge und einen Holzstumpf. Habe ich ja alles schon gemacht. Also im Off natürlich, ne? Wir sind hier nicht bei Tooltime. Oh. Freipflanze. Oh, da ist nicht mir einen auf dem Deckel, sondern im Dandolo. Da ist nicht zu holen. Oh, noch einer. Wie viele sind es denn noch hier? Bitte sehr. Da sind ja... Nicht zu holen. Kann das sein, dass das 85 sind? Oh, ich sollte mal was trinken. Lecker. Okay, ich würde mal sagen, wir räumen das mal hier von der rechten Seite auf. Hier, also von der Seite der Insel. Und machen dann einen großen Kreis drumrum. Ich höre die ganze Zeit Waffen und Klingen. Aber... Oh, schuhe mal Dandolo. Ich habe ihn. Okay, dann mach doch mal mit. Mach doch mal mit, Dandolo. Danke. Gut. Oh, einfach ist das. Zack, zack. Rüber ab. Oh, hier geht es sogar runter. Der wird mir noch angezeigt. Hier ist der Bock. Naja. Das hat mir jetzt so Schwierigkeiten mit dem. Okay, egal. Kuschbach. Nicht zu holen. Aber es ist auch nichts zu holen bei ihm. Okay. Mieses Wetter. Ach, ja. Da geht es hin. Da ist ein Angelpier. Habe ich eine Angel gefunden? Oder war das ein anderes Spiel? Sorry, Leute. Ich glaube, das war... War das hier? Mann, no. Ich weiß, dass jemand hier auch angeln kann in dem Spiel. Das weiß ich. Aber... Wann das der Fall sein wird, werden wir später erfahren. So kann das sein, dass wir jetzt alle Orks jetzt umgenippelt haben, oder was? Heißt, wir müssen das dann später dem Wachposten erzählen. Oh, ich dachte, das wäre hier eine Leinwand. Holzbecherchen. Das ist ja nett. Schönes Dörfchen hier. Wärmendes Feuerchen. Oh, jetzt muss ich mal überlegen, wo wir noch... Ach, hier ist ein Brunnen. Oh, wieder eine Lohme. Ja, dann, Lohme, wollen wir hier rechts runtergehen? Da ist nichts zu holen. Oh, hier waren wir ja schon überall. Oh, 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 oh. Der Orks am Strand, hier waren wir noch nicht. Nee. Ach so, hat er schon. Dein Dolo, mach was. Alle Orks tot. Äh, alle Orks tot. Das ist ja eine tolle Meldung. Alle Orks tot, ey. Ach ja. Überfreiung von Koros. Hier händler Mattis. Okay. Ja, okay. Das muss ich wahrscheinlich noch alles abschließen. Die Orkflotte. Ja, gut. Okay, alle Orks tot. Uhu. Dann Dolo. Hey, du. Und es wird sonnig. Warte auf mich. Kampfverhalten. Okay, jetzt will ich mal wissen, wie viele Positionen er noch mehr hat. Warte auf mich. Ich gehe jetzt am besten alleine weiter. Gut. Wo wollen wir uns treffen? Also Boot, Kapelle, Kohlenmine ist neu dazugekommen. Burg, Ruine, Leuchtturm, Jager, Höhle am Strand. Das ist neu. Dann gehen wir jetzt auch noch gleich mal hin. Jo, lass uns noch mal hier ein bisschen gucken. Ob hier wirklich auch alles sauber ist. Und Dolo, komm, gucken. Fischernetze. Ich meine, hier wäre auch noch eine Höhle in der Nähe. Gucken. Aber es sind ja alle Orks tot, ne? Ja, dann verweilen wir beide ein bisschen, Dolo und ich. Und sagen ganz gemütlich, Arrivederci. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Wenn es heißt, wir bringen frohe Kunde, dass die Halbinsel wieder zu besetzen ist. Also die da oben hier, die, die. Na, ihr wisst Bescheid. Also, gebt mir einen Daumen, schreibt einen Kommentar. Ich sage Tschüss. Gandolo und Roland. Ich sage Tschüss. Ich sage Tschüss. Tschüss. Ich sage Tschüss. Vielen Dank.